Eifersucht, Wut, Liebe und furcht zugleich, reißen mich in Stöcke, vom Stern hin und her geworfen, von Kummer zerbrochen. Das Rattengift steht bereit. Seit gestern kommt sie alle paar Stunden her, um mich zu sprechen. Oh, dieses falsche Arzt, wahrscheinlich will sie sich an meiner Verzweiflung beiden. Oh, Welt, oh, Menschen, wie sei ihr schlecht? Diese Dame kennt mich noch nicht. Mein Gin wird sie nicht trinken, damit sie nachher mit ihrem Mäcki lustig sein kann. Sie stirbt durch mein Schirm, sie stirbt durch mein Schirm. Sie stirbt, sie stirbt, sie stirbt. Ja, hier, hier, Und diese Person soll den Rahmen abschöpfen. Wenn ich dieses Mensch vergifte, dann wird die Welt aufatmen. Wenn ich das nicht trinken kann. Untertitelung des ZDF, 2020